Mit welcher Währung wird in Japan bezahlt? Yen. Ausgezeichnet. Wofür steht die Abkürzung BMW? Bayerische Motorenwerke. Auch korrekt. Was versteht man unter einer Pneumonie? Lungenkrankheit, Lungenkollaps, nein, irgendwie so. Lunge ist gut, aber Lungenkrankheit ist zu allgemein, das ist wirklich sehr spezifisch. Pneumonie, ja, kaputte Lunge. Das wäre die Lungenentzündung. Welche vier Länder sind im Vereinigten Königreich vereint? Vereinigten Königreich. England, Schottland, Wales, Nordirland. Ausgezeichnet. Was ist ein Ochse? Ein... eine männliche Kuh, nein, das ist ein Stier, also ein kastrierter Stier. Richtig. Perfekt.